Willkommen! Heute zeige ich Ihnen ein Produkt von meinem zweiten Lieblingshersteller Coinor. Und zwar das Modell Cosima. Ein Stück, welches in der Hausausstellung von Coinor stand. Und dort die Funktionen, die Cosima Intus hat, zeigen sollte. Zum ersten haben Sie hier bei Cosima einen schönen Klapptisch. Hier können Sie die kleinen Gäste verstecken. Aber das ist der kleinste Vorteil. Zum zweiten haben Sie den hochstellbaren Rücken. Dieser bietet Ihnen einen absoluten, tollen Hochlehnsitzkomfort. Und zum dritten haben Sie bei diesem Sitz einen Hebel, der die Fußglappe auslöst. Und jetzt haben Sie eine ganz tolle Gelexposition. Sie wollen wahrscheinlich gar nicht mehr aufstehen. Das Bett können Sie abschaffen. Sie schlafen in Zukunft auf Cosima. Ohne Witz, rein geht es ganz leicht. Einfach drücken und zack ist es drin. Bei diesem Sitz haben wir eine etwas andere Technik. Wir haben hier ein Touchpad. Und das funktioniert elektrisch. Das heißt, der Auszug ist elektrisch. Noch etwas komfortabler, weil Sie in jeder Position hier anhalten können. Sie können auch ein bisschen spielen. Wenn Sie nichts zu tun haben, können Sie ein bisschen rumspielen. So. Und natürlich auch hier wieder die Klappe. Was wollen Sie mehr? Cosima. Eine kleine TV-Kombi mit zwei Luxussitzen. Einer Superluxus mit Elektrik. Einer Luxus-Luxus mit Gasdruckfeder. Ja, was gibt es noch zu sagen? Pflegeleichtes Tara-Leder. In einer gut zu kombinierenden Farbe. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ein Hochwerthersteller-Keuno ist bekannt für Spitzenqualität. Cosima. Ein Stück für Wohnästheten, die es sich richtig bequem machen wollen. Sind Sie das? Herzlichen Dank, Ihr Lutz Reinhardt. Und Tschüss.